Wir sind beim Multivan Windsurf Cup auf Sylt und schreiben heute Tag zwei. Die Fahrer bauen gerade fleißig im Hintergrund auf. Der Wind ist auflandig und die Bedingungen scheinen heute wirklich perfekt zu sein. Moritz Bochnia steht neben mir. Moritz, meine Ansage war okay, also besser könnte es nicht sein für euch, oder? Ja, besser kann es nicht sein. Wir haben hier 12 bis 17 Knoten auflandigen Wind. Das ist ein guter Wind für die Formular Windsurfing Disziplin. Wir werden hier gleich ein schönes Kursrennen glaube ich sehen am Morgen und vielleicht können wir dann heute Nachmittag noch einige andere Wettfahrten sehen. Vielleicht nimmt der Wind noch zu und wir können Slalom fahren, was aber glaube ich heute erst mal noch nicht vorgesehen ist, weil wir die nächsten Tage auf jeden Fall richtig guten Wind vorhergesagt haben.